Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal zu einer neuen Folge Elden Ring. Es gibt ab und zu mal so Punkte, da muss man sich einlesen, das bringt einem anders nix. Das sind halt so Sachen, die kann man nicht aus dem FF wissen, vor allem. Das hier ist ein Punkt, den findet man recht früh. Man kann ihn aber erst machen, wenn man hier oben beim dritten Boss ist, ist es ja dann, glaube ich, hier drin. Das weiß ich tatsächlich nicht. Gibt es einen Turm im Westen, das müsste hier oben irgendwo sein. Das ist ein Turm von Rani. Das ist diese Hexe, die uns mal vorgestellt wurde in der Kirche von Ele, die uns diese Glocke gegeben hat, um die Aschen zu beschwören. Da muss man eine bestimmte Quest bis zu einem bestimmten Punkt machen, um dann von ihr die umgedrehte karianische Statue zu bekommen. Die kann man dann hier draufstellen und damit stellt sich dann der ganze Level auf den Kopf und dann kann man diesen Turm betreten. Vorher geht das gar nicht. Das heißt, wir hätten uns jetzt hier einen Ast suchen können. Es hätte einfach nicht geklappt. Das sind so Sachen, das würde ich aber auf jeden Fall machen wollen, weil das einfach interessant und cool ist. Müssen wir mal gucken, wie weit wir dann dazu kommen. Wir brauchen jetzt noch ein paar Runen, damit wir unser Level-Update abbekommen. Ich würde sagen, wir machen mal in der Story weiter und bewegen uns einfach mal hier hinten hin. Haupttour des Anwesens von Caria. Das ist ja das nächste Punkt, wo wir jetzt glaube ich hin müssen, zumindest anhand der Ort der Gnade soweit zu erkennen. Und ja, wir gehen mal da rein, weil hier warten direkt ein paar Hände auf uns. Denn das kennen wir ja schon. Hier waren wir ja schon mal. Wir werden uns auf jeden Fall spawnen die nicht neu. Mit Sicherheit, oder nicht? Ja, muss das doch. Alter Vater. So assig hatte ich die gar nicht schon hinterkommen. Ihr blöden Wichsgriffel. Alter Schwede. Dann geben die nur 400 Runen. Es ist echt eine Frechheit. Dunkelschmiedestein, zweite Stufe. Normale Schmiedesteine kriegt man hier irgendwie nur noch sehr schwer. Wie eine Fresse, Alter, ist das hier wieder eine Nummer, ey. So, mal gucken. Hier oben ist noch ein Item. Oh, Alter, hab ich mich erschrocken. Leck mich am Arsch, Junge. Raufreisen-Kristallknospe. Unglaublich. Da ist wieder so eine im Boden. Die hab ich aber diesmal auf dem Schirm und gesehen. Da ist wieder eine. Wenn man das einmal weiß, dann rennt man da nicht mehr so leicht rein. Ah, ich sag's grad noch und trotzdem ist es passiert. Zum Glück war das nur eine kleine. Die großen sind richtig ekelhaft. Das erinnert mich so ein bisschen an den Krabben. Hier sind auch wieder welche. Ach so. 12.000 Runen. Das läuft ganz gut. Alter Vater, da hat mir das eben fast einen Herzinfarkt bereitet, als dieses Vieh mich gegrabt hat. Ist nicht so klug, von denen sich so Handflächen nach oben in den Boden zu verankern. Ich mein, den Sinn dahinter kann ich nachvollziehen, aber das ist trotzdem nicht ganz so klug. So, jetzt muss ich mich mal kurz orientieren. Also hier unten ist doch mit Sicherheit der Haupteingang gewesen, von wo wir gekommen sind, oder? Ja, da hinten ist der Brunnen. Und von hinter dem Brunnen sind wir gekommen. Von hinten sind die ziemlich anfällig. Aber trotzdem absolute Drecksviecher. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Ist mit Sicherheit eine Abkürzung für später. Aber auch wieder eine Scheißabkürzung, weil man da wieder trotzdem Leute killen muss, um, also in dem Fall Hände, um dann da wieder durchzukommen. So, das ist auf jeden Fall hier links irgendwo. Da ist eine riesengroße Pranke im Boden. Und da hinten ist ein Ball. Okay, da kommen wir so... Uh. Alter, diese Dinger sind... Was soll denn das jetzt schon wieder hier? Performance, hallo. Mein Gott, es reicht jetzt aber auch langsam dann mal, ne? Okay. Es wimmelt hier von diesen Viechern. Weiß auch nicht, wo die herkommen. Ist unglaublich, wie viele das sind. Da sind noch mehr dafür. Ne, da hab ich jetzt keinen Bock mehr drauf. So, jetzt geht's erstmal weiter in dem Gebiet. Mag vielleicht jetzt auch riskant sein, hier einfach so durchzulaufen. So, gut. Was haben wir denn da gerade für einen Zauber aufgehoben? Ist einmal der und der. Schießt Gegner mit einem magischen Großschwert aus. Spießt, okay. Weisheit, ja. Weisheit ist so eine Sache, ne? Da gäbe es ja auch ein Schild, den man nutzen könnte, wenn man auf 15 Weisheit skillen würde. Also ich glaube, das macht gar nicht so, ist gar nicht so schlecht, wenn man mal ein bisschen Weisheit skillen würde, weil man dann halt natürlich im Endeffekt auch, ähm, den Vorteil bekommen würde, dass man halt viel Zauber nutzen könnte. Und gleichzeitig eben auch, ähm... Weil man dann gleichzeitig halt einiges an Items nutzen kann und halt auch gleichzeitig ein bisschen zaubern könnte. Muss ich mir mal angucken, also... Das machen wir aber erst dann, wenn wir die... Wenn wir den Gewichtsertrag so hoch haben, dass wir hier auch, ähm, die Hosen von dem Set noch tragen können und gleichzeitig eine Fast Roll haben. So, Ort der Gnade wäre jetzt richtig geil. Hey, Rani, seit langem erwarten wir euch. Ich bitte für die rasche Wiederauferstehung eures Hauses, möge der Vollmond über Karia scheinen, okay? Zeit für dies, abrollen. Nein, das war falsch. Verdammt, jetzt habe ich was verschwendet. Na, hier ist aber gar nichts zum Abrollen. Tolle Wurst. Ein Ort der Gnade, was ein Glück. Uh! Ich glaube, wir haben ein Level ab. Mit diesen Runen hier dürften wir das haben. 800. Das reicht noch nicht. Aber davon nehme ich nur eine. 1600, das müsste reichen. So, dann setzen wir uns mal hin. Vor allem muss ich meine, ähm, Getränke wieder aufpushen. Stufenaufstieg. Kondition. Zack. Nein damit. Äh, ne. Ausrüstung. Ich muss es halt jedes Mal kontrollieren. Ich glaube nicht, dass es klappt. Ne, es klappt noch nicht. Ähm. Die sind auch nicht besser. Fehlt uns halt noch ein... Wir sind jetzt hier bei 52. Ja, wir müssen es mindestens auf 50 kriegen. 52, schätze ich mal, bei Gleichgewicht. Das ist direkt da, dieser Punkt. Der steht bei 50. Wenn wir jetzt die Schuhe haben, die wir jetzt anhaben. Und wenn wir die nehmen, sind wir da bei 57. Ich schätze... Ach nee. Das Gleichgewicht ist einfach nur, dass wir dann besseres, besseren Halt haben. Hier sind wir bei 52,8. Beim Ausrüstungsgewicht da. Und hier sind wir bei 57. Also das müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen runterdrücken. Anders schaffen wir das nicht. Schmiedestein Stufe 4, okay. Aber wir brauchen von der Dreierstufe noch welche, um unser Schwert halt aufzupimpen. Da oben ist auch eine Empore. Da kommt man aber so nicht hoch, oder? Mal gucken ein bisschen hier, aber ich glaube es nicht. Nee, leider nicht. Oder vielleicht von hinter dem Altar? Hm. Hier vielleicht? Uh, da wäre mir auch was drunter gefallen. Das wäre tatsächlich in dem Fall nicht so schlimm gewesen. Gut. Hoch, aber Hochstraße suchen. Ja, also große Klasse. Zeit für dies. Verlorene Gnade. Ist das hier vielleicht? Nein. Okay. Gehen wir mal hier raus und gucken, was uns hier erwartet. Dürfte ja auch bald ein neuer Gegnertyp warten, weil ich glaube nicht, dass diese Hände die einzigen sind, die hier auf uns warten. Hmm. Ja. wieder richtig klug von mir einfach da so rein zu rennen in dem scheiß haben wir schlagen ach so da kommt dann noch einer hinterher ach so der lässt sich schon nicht mal unterbrechen das natürlich auch sehr geil schmiedestein erste stufe messing schild ja das ding haben wir ja oder ist das der den wir haben vor allem ich bleibe da auch noch stehen also es ist wieder richtig klug von mir so jetzt gibt es hier zwei wege geben wir erst mal hier lang das könnte sogar klappen und dann gibt es da unten glaube ich eine abkürzung irgendwo hin also das ist da unten auf jeden fall die tür die wir vorhin gesehen haben und man könnte jetzt hier runter springen dann dahinten wieder hoch und dann käme man vielleicht dahinten rein das versuchen wir einfach mal nur risk no fun das hat jetzt fall damage gemacht klar hier geht es auch nicht weiter bestimmt blödsinn oder wert der nacht und der flamme krass skaliert auf e und auf die weisheit glaube 24 24 braucht man dafür bei weisheit und bei glaube das ist aber glaube ich eine einhand waffe oder weil die macht die macht schon krass damage wenn du das hast also die macht jetzt hier allein schon auf der ersten stufe macht die 800 180 6 12 18 180 die macht knapp 200 schaden wenn ich mich jetzt nicht vertue das ist gar nicht so scheiße also scheiße ist die nicht hat sich auch halbwegs gelohnt hier rein zu gehen jetzt sind wir wieder hier vorne ja du kannst mich mal weil ich gehe jetzt einfach hier hoch und teleport hier mich wieder oben zu dem anderen feuer vorausgesetzt das klappt das klappt untere ebene hauptor genau dann ist es hier das okay ja haben wir ein neues schwert gefunden müssen wir mal gucken also weisheit und glaube und sowas zu skillen scheint in diesem spiel gar nicht so scheiße zu sein und es hat mir auch mein kollege schon gesagt dass es nicht mit so den anderen souls spielen so gut zu vergleichen sei wenn man jetzt sagen würde man möchte auf stärke bild skillen macht das tatsächlich in dem game gar nicht so viel sinn okay du lässt uns ja offensichtlich ruhe ja du kommst jetzt erstmal her weil nochmal bin ich nicht so doof gut so passiert mir aber auch wirklich tatsächlich oft also dass man dann eben so ein ding rein rennt und dann ebenso hart kassiert also das ist das da bin ich einfach wirklich für ausgebildet dass man da drei schläge dann auf einen knall kassiert also komme ich halt auch nicht wirklich hinterher dann also ich bin dann auch zu blöd das irgendwie zu kontern oder so oder mich irgendwie aus diesem blödsinn heraus zu befreien guck mal hier könnte man auch auf das dach springen das bringt einem aber irgendwie gar nichts so wir sind auf jeden fall erst mal keine soldaten erschienen finde ich auf jeden fall gut dass man jetzt so langsam mal fahrt aufnimmt was ruhen farming angeht eigentlich könnt ihr mich am arsch lecken ist das oh oh Oh, oh. also wie gesagt gefühlt ist hier jeder gegner irgendwie außergewöhnlich und krass drauf wenn mir noch mal einer damit kommt das wäre ein total einfaches spiel dann ja rastisch irgendwann wirklich mal aus an dem game also das geht mir gerade richtig auf den sack ich kassier hier nur aufs maul und kommen hier auch nicht wirklich hinterher also es gibt mir mittlerweile wirklich dezent auf und keks Ja, klar. Du bist Rambo, Alter. Du wirfst mir nicht nochmal so ein Teil vor die Nase. Kuckucks Schimmerstein, okay. So, zumindest muss ich jetzt nicht mehr bis da hinten hin. Das heißt, ich kann mir jetzt hier hoffentlich einfach meine Ruhen holen und mich wieder verpissen. So, tschö. Fein Schmutz, ey. So, und jetzt geht es hier lang. Also, die Typen waren bis vor ein paar Folgen noch voll die Plebs. Und jetzt sind das hier voll die krassen Dudes geworden. Das ist doch wieder eine Falle. Ja, geht's. So, sich das da einfach wieder so anderenn ist. das sterben dauert einfach auch viel zu lange aber gut gut also es war mit gelernt wir dürfen hier nicht einfach so durch stampen das bringt einem gar nichts da kommen immer mehr von den typen irgendwann so ausgekontert ich bin jetzt nämlich langsam wirklich jetzt bin ich bin es leid ich habe keinen bock mehr was ist das eigentlich da kommt man da auch irgendwie hin wahrscheinlich erst später jetzt noch nicht so und jetzt wird es noch mal lustig ich glaube geister kann man nicht vergiften oder so ja 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 es kommen auf jeden fall noch welche hinter mir das weiß ich es waren nämlich die die mich vorhin so böse überrascht haben ich mich jetzt vertan das war ein fehler nicht meiner kuckuck soldaten war maroc der wird auf glaube ich nicht besser sein als unsere oder aber jetzt auf jeden fall die mittlerweile alle gefunden ketten rüstung gut die haben uns damals gekauft dann den soldaten wappen rock von gotrick und jetzt hier den kuckuck der ist tatsächlich stellenweise ein bisschen besser stellen weil sie ein bisschen schlechter als der gotrick also den gotrick den kann man echt von beginn an nutzen wenn man den noch nicht wenn man noch nichts anderes krasses tragen kann mittlerweile bin ich ja ganz froh dass wir die rüstung von dem npc tragen können den wir da umgekillt umgenockt haben so das hier sieht auf jeden fall wieder scheiße aus verlorene gnade voraus ich glaube nicht dran ich glaube er dass ich dem hier noch nicht so ganz trau links oder meint er mit links hier links ist aber auch nichts ich weiß nicht wo die performance probleme hierher kommen also der rechner ist mit der fixeste den moment kenne also es gibt nichts krasseres an hardware als das was ich gerade verbaut habe vielleicht ein bisschen mehr ram ich habe nur 32 gb ram aber ansonsten ist das ding hier das absolute ungeheuer so gut haben wir hier wenigstens mal keinen schaden bekommen oder wurden hier irgendwie angegriffen und schauen wir mal was uns hier in dem türmchen erwartet auf jeden fall eine gnade ich trau dem braten ja nicht so ganz es war aber auch ich muss ehrlich sagen es war in etwas härterer nummer jetzt gerade da unten also es ist jetzt vielleicht so anspruchsvoll für die meisten aber wenn man dann nicht weiß was einen erwartet und man immer wieder so hinterrücks überrascht wird es ist schon etwas härter ein hund ein nicht allzu kleiner hund stiller verbündete aber nicht der hund oder das war auf jeden fall normaler gegner das war kein boss oder so okay dass dahinten ist glaube ich eine saat da würde ich mich jetzt nicht so hin stürzen der hund sieht uns gerade nicht ist da noch eine kümmer den backstep ich glaube nicht oder sehr gut ich weiß nicht ob wir für eine erneute erhöhung der getränke ob wir dafür jetzt noch eine saad brauchen weil ich glaube mit der zeit braucht man ja schon immer mehr schauen was hier so ist da ist ein friedhof da kommen wir auch denke ich mal noch hin nach da unten kommen wir denke ich auch noch also das gebiet ach du scheiße alter was für ein riesen schloss da hinten ist auch was also das hier wird auf jeden fall noch eine etwas härtere kiste wie heißt das die obere ebene des anwesens aus karia ja das wird hier auf jeden fall noch eine etwas längere kiste das ist nicht nicht so schnell wie die akademie abgeschlossen glaube ich weil es einfach deutlich größer wirkt als die akademie also die sind jetzt die halten was aus aber die sind halt nicht so agil wie diese kleinen hunde deswegen sind sie mir jetzt nicht ganz so ganz so abgefuckt wie die anderen also die anderen die finde ich deutlich und unsympathischer so jetzt gucken wir hier mal gerade noch durch den garten durch ob hier noch irgendwo was liegt auf jeden fall noch gute items hier sonst ist hier aber auch nix kann man ja gestimmt fährt rufen okay sind jetzt auch wieder bei 31 minuten dann jetzt gleich auch noch kurzen cut einlegen und dann in der nächsten folge weitermachen wollen aber wir können ja erst mal gucken was uns hier erwartet drei zauberer und was ist das ist das so ein blech kopf oder ist das ein riese einfach nur so da vorne ist noch eine leiter die nehmen wir auf jeden fall habe ich jetzt natürlich gar nicht mit gerechnet so geht es noch mal da hoch und dann gucken wir erst mal was uns hinter der leiter da erwartet ja leitern und so ne immer so also man muss sich in dem spiel auf jeden fall immer gut umgucken weil ansonsten übersiehst du so viel zeug objekt voraus okay magie fett geil also das ist natürlich jetzt cool also ich könnte mir gerade gut vorstellen dass man diesen bereich da unten umgehen kann in dem man hier jetzt einfach hoch rennt und dann hinter denen raus kommt ohne dass man so ohne dass man jetzt hier mit denen hier sich um boxen muss das ist auf jeden fall kein riese das ist irgendein krasseres vieh ich kann mir gut vorstellen dass man da vorne auf die mauer jumpen kann und dann die treppe hoch rennen kann da unten steht auf jeden fall noch irgendwo so ein dud da der eine ist gerade irgendwo hingelaufen der rennt da hinten hoch der hat mich gesehen der hat mich auch mit dem schwert da das ist natürlich auch eine crazy schiste geschichte das ist jetzt kein zauberer da kommt noch ein zweiter gut nehmen wir uns den mal an das sind halt keine camper ne absolut nicht den großen den könnte man legen das muss man aber tatsächlich ja gar nicht den großen den nehmen wir auf jeden fall irgendwann mal aber jetzt gerade muss ich das echt nicht haben nicht zum abschluss der folge hin da könnte man eher das könnte man eher wann anders mal machen und dann und dann und dann mal fümmersbolzen Kann man damit die Leute betören. So, hier geht es auf jeden Fall auch irgendwo hin. Ah, okay. Ja gut, da brauchst du Anlauf für und dann dahin. Und dann kommt man wahrscheinlich nach ganz unten. Und da ist ein Topf, der einem an den Kragen möchte. Ach du heilige Scheiße, Alter. Hier geht es aber überall noch irgendwo hin. Jetzt gerade, wir sind bei 35 Minuten. Ich würde jetzt gleich gerne mal einen Cut einlegen. Was steht denn hier in der Nachricht? Ist da noch ein Loch? Ja, da ist ein Loch. Mein Gott, das sieht doch jeder Idiot. So, da geht es auf jeden Fall noch weiter. Hier geht es wieder auch runter zu dem. Gut, den haben wir auch noch mitgenommen. Mal gucken, wir mal gerade noch hier. Material. Ansonsten haben wir hier aber nichts. Okay, das heißt, wir hätten jetzt zwei Möglichkeiten. Einmal auf der linken Seite durch das Loch schlüpfen. Und uns da versuchen. Oder hier reinlatschen. Und das sieht irgendwie schon ziemlich heavy aus. Also ich glaube, dass hier eine... Da hinten ist ein Nebeltor. Das hier sieht aus wie irgendeine Runde, also irgendwie so eine Art Tafelrunde, nur halt deutlich größer. Nee, das ist nicht der Elden Ring. Da hinten ist auf jeden Fall ein Nebeltor. Ich habe keine Ahnung, was das hier für ein Ding ist. Starker Feind voraus und dann Achtung, verlorene Gnade. Das ist Wasser. Und ich habe mir das fast gedacht, dass hier ein Boss wartet. Ich möchte den Ring jetzt gerade mal so nicht betreten wollen. Kann man bei der nächsten Folge machen, das müssen wir jetzt nicht machen. Erstmal gerade hier ein bisschen umgucken. Okay, aber sonst gibt es hier aber auch nichts. Das bedeutet, in der nächsten Folge könnten wir uns entweder... Ja, also wie gesagt, in der nächsten Folge könnten wir uns entweder hier unten mal in diesen Kreis wagen. Ich habe zwar keine Ahnung, wo der Boss daherkommen soll oder der starke Feind. Oder wir wagen uns mal durch das Loch. Eins von beiden. Tja, das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Liebe Leute, ich danke euch fürs zu gucken. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Es wird im Gegenteil, es wird immer spannender. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Mal gucken. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bleibt gesund, ne? Haut rein. Bis dahin. Ciao.